Bevor die Folge anfängt, schreibt mir doch mal euren schlechtesten Witz in die Kommentare. Was geht ab, liebe Leute? Willkommen auf QPP. Das ist jetzt schon unser dritter Tag. Wir wollen uns eigentlich nur noch feiern. Heute gehen wir auf ein Partyboot. Dazu nehme ich euch hoffentlich mit und schaut es euch einfach mal an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. We're floating away with you in the backseat of my car We're timeless, sailing through, but tonight no one can't go far And I know it cannot last, but at last I can finally breathe And I know it cannot last, but at last I can finally see And I know it cannot last, but at last I can finally breathe And I know it cannot last, but at last I can finally breathe And I know it cannot last, but at last I can finally see What's going on, people? We arrived in Phuket, as you can hear, I'm a bit sick Kupipi is great, we have been there only 5 days through, Blanco Hostel, I can only recommend And the people are just great there Now we take a taxi and go to the Mainstrip here in Phuket and see where we are today What's going on, people? It's already the second day here in Phuket Yesterday we had a bit of a celebration here and we saw a very, very, very Very, very strange thing, which I will not tell you, because it was just to stop If you are here, make the ping pong show with or do not do it Now we are going to eat something and then I will show you a bit more of a carton This is really crazy, here you can look at the camera on the TV Let's see what you can see That's not bad And I know I cannot just follow us I can finally see Without your inconvenience But.. We are all friends We do not want obscura We do not want to step guten morgen ich habe vielleicht ein oder zwei stunden geschlafen weil ich habe noch das deutschland gegen frankreich spiel angeschaut deutschland ist leider draußen und wisst ihr wahrscheinlich schon längst weil es irgendwie zwei wochen später ist egal wir packen jetzt unser zeug gleich zusammen und dann verlassen wir dann verlassen wir schon wieder weil wir nach kosamui fahren und ich hoffe da kann ich ein bisschen mehr filmen weil hier ist einfach nur scheiße wetter und dann sieht man sich erst wieder in kosamui und ich hoffe die folge hat euch trotzdem gefallen bis dann